Einen wunderschönen Samstagnachmittag wünsche ich euch. Ihr habt es gesehen, es ist Sommersale auf www.spiritual-shop.de. Kommt vorbei und lasst euch energetisch unterstützen. Spart einfach mit dem Code SOMMER20 20% auf den gesamten Warenkorb und man muss sagen, Heilsteine, Energiesteine sind die wundervollste Form, sich Beistand zu holen. Ihr seht hier ungefähr die Armbänder, wie die aussehen und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Ohrringe, Ringe, natürlich auch Amulette und Ketten. Schaut einfach vorbei. So, wir gehen heute in die wundervolle Frage, wie könnte ich ihn denn verzaubern? Welchen Weg soll ich wählen? Wenn du dich hin und her gerissen fühlst, dann hast du jetzt gerade das richtige Orakel eingeschalten und wir schauen sofort hinein. Wir haben hier drei Lennemore-Karten und hier haben wir drei Lennemore-Karten aus meinem Deck. Die könnt ihr übrigens auch im Shop bestellen. Ja, und hier haben wir einmal die Engel der Liebe Orakelkarten, hier haben wir die Seelen Orakelkarten und hier haben wir die Schatzkammer deiner Seele Orakelkarten und ich würde sagen, wir beginnen. So, wir beginnen heute von rechts nach links, genau. Also, zum einen solltest du dich erst einmal erden. Ich erde mich und werde mit lebendiger Energie erfüllt. Das ist schon mal sehr, sehr gut, denn wer hin und her gerissen ist, der ist manchmal einfach nicht im richtigen Energiefeld und sollte sich somit dann auch darauf konzentrieren, erstmal bei sich selbst zu sein. Erstmal bei sich selbst sein und, wow, schön, da liegt der Neuanfang da, da haben wir den Bauch. Da sollte erst einmal so neue Kraft getankt werden, so wie eine neue Geburt. Es soll hier entstehen, dann legen wir das Candy-Armband auch drauf mit rein zum Rosenquartz und energetisieren das noch schnell für euch. Ja, das ist sehr, sehr schön, weil der Neuanfang gut werden wird, denn du bist geerdet im Neuanfang und hast jetzt die Energien dort, wo sie auch sein sollen. Dann kommt, oh, sehr schön, die Selbstliebe. Durch die Erdung entsteht die Selbstliebe. Ich liebe das, was ich bin. Bedingungslos. Ja, bedingungslos zu lieben heißt auch, die bedingungslose Liebe irgendwann erwidert zu bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Und hier haben wir die Engel. Die Engelkarte, die Engelflügel, die spricht dafür, dass das alles erstmal geführt war. So, die letzten vier Monate waren für dich wahrscheinlich wirklich das größte Chaos und Kampf schlechthin. Aber jetzt hier liegt ein wundervoller Neuanfang. Ein Neuanfang, der besser gar nicht sein könnte, weil du bist auch im Bewusstsein sehr, sehr gestiegen. Du hast deinen Selbstwert jetzt wieder bekommen und bist geerdet. Und ab jetzt geht es weiter. Wie soll ich ihn denn verzaubern? Wie verzauber ich ihn? Wie komme ich dazu, dass er aufmerksamer wird? Und ich möchte eins sagen. Die Selbstliebe ist immer das Allerwichtigste. Gebt euch nicht für jemanden hin, der es nicht wert ist und geht nicht in einen Prozess, wo ihr später bereuen würdet. Wenn ihr denkt, dass das der richtige Mensch für euch ist, dann lohnt es sich zu kämpfen und die Gefühle auch zu zeigen. Wenn ihr aber gar nicht beachtet werdet, ist das meist nicht so schön. So, eine wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. Ja, vielleicht ist es eine Veränderung in deinem Verhaltensmuster, denn die wundervolle Überraschung besteht aus der Verankerung. Also, die wundervolle Überraschung wird sein, dass du dich viel mehr öffnen kannst jetzt für das, was du möchtest. Du bist nicht mehr so verkettet, verankert wie davor, sondern du bist jetzt ein bisschen mehr in deiner Leichtigkeit. Deine Selbstliebe stimmt, dein Selbstwert stimmt. Du siehst dich als wundervolle Frau an oder wundervoller Mann. Du bist in deinem Denken anders. Und das allein ist schon eine Veränderung in deinem Energiefeld. Jetzt musst du dafür stehen und auch aufzeigen, dass du diese Lady bist, dass du diese Frau bist, die man wahrnehmen kann und der man auch aufzeigen sollte, was sie einem wert ist, weil sie sehr viele Annoncen bekommen könnte. Es ist egal, ob du daran interessiert bist, viele Annoncen zu bekommen oder nicht. Hier verankert sich was ganz Festes. Und das mit deinem Zauber. Und dein Zauber heißt Selbstliebe und du selbst. Hier haben wir Flammen der Begierde. Lasse sie in einem hellen Licht erstrahlen und meide dunkle Wege. Dazu haben wir die Kommunikation. Sehr schön. Also, was dein Auftrag sein wird, wenn du auf mich hören möchtest, dann solltest du hier wirklich mal mit Worten spielen. Du solltest in der Kommunikation mit ihm mit Worten spielen, auch mit Reizen spielen, aber nicht in die Lüge gehen. Meide dunkle Wege. Gehe nicht in irgendeine erfundene Fantasie. Gehe nicht in, ja, vielleicht habe ich Zeit, ich weiß nicht, wenn der oder der sich noch meldet. Sowas sollte nicht passieren. Die Flammen der Begierde können nur wirklich entfachen, wenn du dich so interessant machst, wie du selbst auch bist. Und deswegen ist diese Erdung hier ganz wichtig gewesen. Und auch die Selbstliebe, weil du so gar nichts brauchst, um dich besser zu machen. Weil du bist perfekt, so wie du bist. Vielleicht bist du manchmal noch sehr kritisch zu dir. Daher auch die wundervolle Überraschung. Weil du bist perfekt, so wie du bist. Und wenn wir daraus ein Training machen sollten, dürft ihr jetzt alle nochmal sagen, du bist perfekt, so wie du bist. Am besten in der Ich-Form, dann ist alles gut. Hier in der Kommunikation auf jeden Fall eine wundervolle Geste zeigen auch. Und das Interesse, das ist immer, ja, man sagt immer, der Mann soll einen Schritt machen, so, woher soll ich denn sonst wissen, ob er Interesse hat? Aber die Männer denken genauso. Woher soll ich denn nicht wissen, dass sie mit jedem Mann so schreibt? Ja, klingt paradox, ist aber so. Wir schauen weiter, wir schauen weiter. Wie kannst du ihn noch verzaubern und wo führt das überhaupt hin? Oh, die wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Das ist jetzt sehr, sehr interessant. Das ist die Liebe deines Lebens und dazu haben wir, oh, der Sex stimmt auch mal. Das ist geil, das ist toll. Und zeigt aber auch auf, dass es ganz spontan kommt. Also hier kommt es auf jeden Fall zu einem Treffen, hier kommt es auch zu Emotionsaustausch. Und hier kommt es tatsächlich auch dazu, eine Bindung einzugehen. Die Bindung einzugehen heißt aber auch, viele Ängste mitzunehmen. Bei dir ist das jetzt schon gut, du hast es sehr, sehr gut bearbeiten können in letzter Zeit. Natürlich werden Verhaltensmuster nochmal auftauchen, um zu sehen, ob du sie wirklich überwunden hast. Da musst du dann immer ein bisschen so den Riegel vorhalten. Deswegen, da müssen wir hier, das ist übrigens der wundervolle Sunset-Armband, für Selbstvertrauen und Klarheit sollen wir am besten hier rein, dass in der Kommunikation die Klarheit oberherrscht und auch deine Verhaltensmuster gar nicht mehr zurückkommen, auch schön energetisieren. Es ist eben so, dass in der wahren Liebe, diese spontane wahre Liebe, das kann auch sein, dass er von jetzt auf nachher dich überhäuft. Weil dein Weg ist ja sehr, sehr, sehr positiv. Wenn du jetzt diese Veränderung angenommen hast, dann musst du sie ihm auch zusprechen können und nicht dann wegrennen, wenn es so wäre. Weil annehmen, ja, du kennst es eben nicht. So, wie geht es denn weiter? Die Chemie stimmt, es besteht eine starke magnetische Anziehung. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, 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 mir wäre es lieber gewesen, wenn die zwei Karten noch vertreten gewesen wären. Aber es ist nun mal so, das heißt, die Liebe wird schnell ausgesprochen. Man merkt in der Beziehung aber auch, dass es Liebe ist. Es ist wie Magneten. Ja, aber hier liegt halt die Entscheidung. Ganz klar. Du hast jetzt dann zwei Wahlen. Entweder du gehst diesen Weg in eine Beziehung oder du gehst, rennst weg. Wir hatten es gerade gesagt, diese spontane Überhäufung kann auch zu einer Überreaktion deinerseits führen. Aber verzaubern tust du ihn mit den Worten, tust du ihn mit deinen Reizen. Aber nicht hingeben, das ist ganz wichtig. Nicht billig hingeben, sondern nur spielen. Nichts erfinden, nur spielen. Es geht in eine positive Richtung. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Energie draufgegeben. Und werden hoffen, dass ihr euch vielleicht auch dadurch besser fühlt. Ja, wie gesagt, wenn ihr tatsächlich diese Liebe in euer Leben ziehen wollt, wir haben wundervolle Rosenquarz-Diamantherzen. Die sind gefüllt mit Rosenquarz. Die sind dafür sehr, sehr gut geeignet. Das Diva-Armband oder hier auch das Candy-Armband oder alles, wo Angel-Aura-Perlen sind, sind gut geeignet dafür. Und wenn ihr bei euch noch ein bisschen bleiben müsst, um euch selbst zu finden, weil das noch gar nicht so abgeschlossen ist, haben wir auch noch hier das Mediterran-Armband. Und da haben wir Apartheid etc. mit eingebaut. Einfach für dich, für die Bereinigung der Seele. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag. Wir sehen uns morgen zum Tagesorakel wieder. Alle Kanalmitglieder, wir sehen uns um 17.30 Uhr gleich live zur Herzöffnung. Das heißt, wenn du Kanalmitglied bist, kriegst du in den Community-Einstellungen einen Link gesetzt. Und dort findet dann auch die Herzöffnung heute statt. Die geht ungefähr 15 Minuten. Ja, ich freue mich auf euch und macht's gut.